Musik Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Ja, wie versprochen, wir haben ja zum ersten Mal so ein bisschen dieses YouTube-Game mitgespielt. Wir haben über 50 Likes auf das Video erhalten. Dementsprechend, wie versprochen, werde ich euch jetzt den kompletten Opening-Crawl hochladen. Nochmal ganz kurz was zu dem Projekt überhaupt, weil vielleicht der ein oder andere von euch das gar nicht mitbekommen hat, was da passieren soll. In vielen, vielen, vielen Stunden Podcast habe ich immer mal wieder meine Ideen zu den Episoden wiedergegeben, wie ich gewisse Sachen gehandelt hätte, wie ich eventuell gewisse Szenen gedreht hätte oder wie für mich die Story im Endeffekt hätte ausspielen müssen. Einige davon, beziehungsweise einige von den Ideen kamen bei euch sehr gut an und es wurde immer mal wieder gesagt, ich soll doch mal so ein bisschen meine eigene Idee zu den Episoden wiedergeben. Das heißt, die Episoden nach meinem Vorbild oder wie ich das machen würde, umdichten und das Ganze dann mal ein Stück weit wiedergeben. Und das ist arbeitstechnisch ein Riesenaufwand und dementsprechend war das immer schwierig, das umzusetzen. Nur jetzt habe ich mich tatsächlich dran gemacht und fange natürlich auch mit Episode 1 an, das nach meinem Vorbild so ein bisschen umzustrukturieren, beziehungsweise meine Episode 1 mehr oder weniger wiederzugeben. Ich halte mich dabei natürlich an die grundsätzlichen Ideen von George Lucas, füge aber Szenen hinzu oder Handlungsstränge oder ändere die um. Einige Charaktere, die eventuell leben, sterben, einige, die sterben, leben, so wie ich mir das im Prinzip vorstelle. Dementsprechend möchte ich euch gleich schon mal sagen, bevor überhaupt der erste Part meiner Episode 1 rauskommt, dass es da natürlich auch nach meinen Spielregeln geht. Das heißt, wenn ich will, dann ist bei mir in der Version der Sislord Jogi Bear und bei mir heißen die Jedis nicht Jedis, sondern Pfadfinder. Nur damit ihr Bescheid wisst, es ist meine Version und ich habe das so gemacht, wie das in meinem Kopf passiert. Das heißt, kommt gar nicht erst auf die Idee, dass ihr irgendwie sagt, aber ich, warum und hier, aber ich, warum machst du, weil Bombo. Das ist die Antwort auf alle Fragen, weil Bombo. Es ist alles so, wie das in meinem Kopf abläuft und das ist das, was ihr wolltet und das bekommt ihr auch so. Natürlich möchte ich trotzdem von euch hören, was haltet ihr von den Versionen, wie findet ihr die verschiedenen Szenen, die ich mir ausgedacht habe, was würdet ihr eventuell anders machen, was fandet ihr besonders cool, was fandet ihr nicht so gut. Natürlich möchte ich eure Meinung wie immer dazu hören. Nur im Prinzip, bevor ihr einen Kommentar tippt, seid euch immer bewusst, es ist das, wie es in meinem Kopf abläuft und so, wie es ablaufen sollte in meinem Kopf. Dementsprechend ist es natürlich nett, immer wieder eure Meinung zu hören. Im Endeffekt ändert es aber nichts daran, dass das so geworden ist, wie ich das möchte und das ist für mich die Priorität geworden. Ähm, ich kann euch jetzt schon so viel sagen, ähm, komplett, äh, Bombos Episode 1, die dunkle Bedrohung, wird wohl vier Part sein. Ich kann euch ja nicht, äh, sagen, wie lang jeder Part wird. Ich schätze in etwa jeweils zwei Stunden, ähm, wir werden es dann aber sehen. Ich werde natürlich, ähm, das alles, die Szenen ein Stück weit ausschmücken, auch damit ihr wisst, wie das abläuft. Ihr könnt euch da nicht auf ein Hörbuch einstellen oder nicht auf ein Hörspiel, sondern das wird so ein Mix aus allem. Das heißt, ich werde frei erzählen. Es wird immer mal wieder Szenen geben, wo ich euch genau vorgebe, wie in meinem Kopf das visuell sich ausspielt, wie die Kamera fahrt, gerade wer in dieser Szene. So ähnlich, wie es in den Podcasts machen, nur natürlich ein Stückchen, ja, sagen wir mal, vorbereiteter und flüssiger im Erzählstrang. Ähm, einige Segmente werden sicherlich so rüberkommen wie ein Stück weit, ähm, ja, fast schon eine Doku. Ähm, andere Segmente werden rüberkommen wie ein Hörspiel oder ein Hörbuch. Und andere, ähm, mehr oder weniger wie ein Commentary zum Film, weil ich da die Kamerafahrten ein Stück weit, äh, besprechen werde. Das sind so, ist so die Art und Weise, wie ich da rangegangen bin. Ähm, ist auch so ein bisschen die Art und Weise, wenn ihr unsere Podcasts verfolgt, wie ich ab und zu immer mal die Szenen beschrieben hab. Wie gesagt, nur da war das immer spontan und jetzt ist es ein Stück weit, ähm, ja, ist es ein Stück weit vorbereitet. Und das schon über viele, viele, viele Stunden hinweg. Aber ich bin auch in so einem kompletten, ja, ich sag mal, äh, kreativen Wasserfall mehr oder weniger gewesen. Ähm, denn bei mir ist es gesprudelt und gesprudelt und ich konnte kaum noch aufhören mit meinen Ideen und musste mich echt zügeln, gewisse Sachen da nicht einzubauen und hier das nicht, ähm, aber trotzdem denke ich, mir gefällt's bis jetzt. Mir gefällt die komplette Storystruktur, die ich zusammen hab. Und, ähm, es fällt mir tatsächlich echt schwer, Episode 1 jetzt anzugucken, ohne so diese Sachen, äh, zu sehen, die ich mir in meinem Kopf so ein Stück weit zusammengemogelt hab. Ja, dann würde ich sagen, wir machen's wie folgt, ähm, ihr kriegt natürlich heute den Opening Crawl zu sehen. Ähm, wir machen das so ähnlich wie in dem letzten Video. Solltet ihr es schaffen, ähm, auf diesen Opening Crawl, den ihr jetzt seht, insgesamt 100 Likes zu bekommen. Wir sind jetzt bei dem anderen Video um die 67, also das heißt, 50 war nicht die Herausforderung. Ich denke, 100 wird definitiv eine Herausforderung, denn selbst die besten Podcasts, die wir haben, ähm, haben selten 100. Dann werde ich alles daran setzen, dass ihr spätestens bis zum Freitag den ersten Part zu meiner Episode 1 bekommt. Ansonsten sollten wir das nicht schaffen, dann wird der erste Part sehr wahrscheinlich erst am Sonntag erscheinen. Also drückt ordentlich in die Tasten, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann würde ich sagen, einen groben Überblick zu der Story und so ein kleiner, äh, Schnibbel, äh, was auf euch zukommen wird. Ich bin echt mega excited, ich hab so Bock drauf. Ich hab so Bock drauf zu hören, wie ihr das empfindet, was ihr da, ähm, dazu sagt, weil es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Ähm, den seht ihr jetzt mit dem Opening Crawl, wie ich euch versprochen hab, obwohl ich den mir fast schon, äh, am liebsten aufheben würde, äh, für Part 1, dass ihr ihn da zum ersten Mal seht. Aber versprochen ist versprochen. Ach, Moment, hätte ich fast vergessen. Ähm, wenn unter euch jemand ist, der eventuell jemanden kennt oder der das selbst kann, der für mich mehr oder weniger diese Intro-Sequenz von Lucasfilm, wenn das Logo so schimmert, ähm, wenn er dieses, äh, diese Sequenz erstellen könnte, nur mit Nerdbomb. Ich glaub, da steht ja Lucasfilm Limited oder so. Ich hab's jetzt nicht genau vor Augen, ähm, und das glänzt ja dann so. Wenn man das erstellen könnte und da steht dann zum Beispiel Nerdbomb und anstatt Limited Bombe oder so, ähm, wär das mega cool. Ich hab jetzt schon überall ein bisschen rumgeguckt. Es gibt da ein paar Grafikdesigner, die können mir das machen, nur das kostet natürlich auch wieder ordentlich Kohle. Das heißt, wenn da jemand am Start wäre, der sagt, ey, das hab ich ruckzuck gemacht und das mach ich gern für einen Bombo. Es wär natürlich mega cool, weil das würde das Ganze noch ein Stückchen mehr aufwerten und das wär sehr nett, wenn, äh, ja, der oder diejenige sich dann bei mir melden würde. Ich würde auch an sich gerne, aber das ist nicht möglich, ähm, weil das wär ein riesengroßes Stück Arbeit natürlich. Alles, was ich da spreche, auch nochmal mit irgendwelchen, ja, Comic-like Panels hinterlegen, so ein paar Sketches, ähm, wo man dann, äh, so ein bisschen, ja, sieht, wie das dann visuell aussehen würde. Ich versuche natürlich, äh, halbwegs passende Bilder da zu finden, nur, wenn man dann so einen Comic-Artist irgendwie an der Hand hätte, der das auch gut kann, aber das wäre natürlich unbezahlbar, ähm, will ich euch nur wiedergeben, dass das natürlich die Krönung des, äh, Ganzen wäre, ähm, aber sowas ist dann, äh, definitiv auch nicht drin. Aber das mit dem Lucasfilm-Logo, ähm, wär auf jeden Fall, äh, doch noch eine ganz coole Geschichte. Ja, dann geht's jetzt aber wirklich los, äh, mit, ähm, ja, eurem Opening-Crawl, wie versprochen. Wundert euch auch nicht, der ist ein bisschen länger als die Standard-Opening-Crawls, weil ich, äh, denke, in den Opening-Crawl kann man doch ein bisschen mehr Informationen zu dem gesamten, äh, Film immer packen, als es manchmal getan wird, aber nicht minimal, da ist jetzt, äh, keine vier Stunden lang, äh, ein Opening-Crawl oder so. Ähm, ja, aber dazu, äh, noch mal kurz wollte ich euch, äh, nur noch mal hinterherwerfen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Opening-Crawl, I'm so excited. Bis dann, peace. Bis dann, peace. Bis dann, peace. , peace.